Ja, genau, die Luftgetrocknete. Supi, Schatz, dass du einkaufen willst. Ach, da fällt mir ein, wir brauchen noch Nudeln. Nee, die ganz kurzen, die so runden, gebogenen. Ja, ja, genau, die Hörnchen-Nudeln. Sonst noch was? Nö, nee, ich glaube, das war's. Haben wir eigentlich noch eine Salatgurke? Wenn ich mal wieder mit einem Typen zusammen wäre, dann finde ich es total wichtig, dass er genauso viel Schlaf braucht wie ich. Boah, das ist doch totaler Schwachsinn. Was soll das denn? Na ja, da kann man zusammen ins Bett und man kann zusammen frühstücken. Ja, sag ich doch, totaler Schwachsinn.